Servus! Heute mal seit langem wieder ein bisschen urban street. Ich hoffe die Kamera wo sie passt, ist ein bisschen höher als sonst. Mal schauen. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ich hoffe euch hat das video gefallen ist etwas kürzer geworden da es ziemlich schnell dunkel wurde weil ich ziemlich spät los bin ich hoffe die aufnahmen wurden trotzdem was